Yo, hallo ihr Lieben, grüßt euch. Ja, ich hoffe ihr und eure Lieben seid gut ins neue Jahr 2022 gekommen. Wir sind schon wieder mittendrin in diesem Jahr 2022. Ja, man muss sagen, es ist ja sehr turbulent gestartet, wenn man sich jetzt allgemein die Situation in der Welt anschaut. Es gibt einfach so ein paar Dinge jetzt so, die einfach dran sind, wovon ich heute einfach mal berichten möchte. Nach langer Zeit, ich habe jetzt erstmal videotechnisch mir eine Auszeit gegönnt. Erstmal herzlichen Dank auch an alle, die unseren Song Champs durch Christus supportet haben. Mega, mega vielen Dank. Wir haben ein Jahr lang dran gearbeitet und ja, wir sind sehr glücklich darüber, dass wir dann diesen Song im Januar 2022 releasen konnten. Wir haben da zusammen wirklich alles so, ja, alles gegeben, uns voll rein investiert für unseren Herrn Jesus Christus und wir sind einfach dankbar dafür, dass wir dieses Projekt einfach jetzt releasen durften. Auch danke nochmal an jedem Einzelnen, der dabei ist, so echt eine Hammerarbeit von jedem Einzelnen. Thank you very much. Danke. Ja, also ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr 2022 gestartet mit euren Lieben. Ich habe eine längere Auszeit gemacht, was jetzt so videotechnisch angeht, weil auch nicht so meine Berufung ist hier, jede Woche irgendwie ein Video rauszuhauen. Das kommt dann einfach immer zwischendurch, wenn es dran ist und jetzt ist es wieder dran nach einer längeren Auszeit. Die letzten Videos aus dem Jahr, meine ich jetzt 2021 war das, ist schon jetzt auf jeden Fall ein paar Monate her, da ging es um das Thema geistige Kämpfe. Zu diesem Thema wird es auch nochmal ein Video geben. Jetzt sind allerdings erstmal noch ein paar andere Dinge halt dran. Ja, ich wollte euch erstmal nochmal auf diesem Wege alles Gute für das neue Jahr 2022 wünschen. Gottes Schutz und Segen für euch alle in diesen turbulenten Zeiten auf jeden Fall. Und ja, es ist gerade auch einfach mal dran, dass man sich dann hier und da auch mal dann zu Wort meldet, wenn es dann eben dran ist, wie jetzt in diesem Moment. Und ja, ich habe mich letzte Zeit auch mit so vielen Dingen beschäftigt, die so in der Welt halt abgehen. Und ich muss sagen, ich habe auch viel in dieser Zeit dazugelernt, gerade das Thema Corona, Impfungen etc. Ich habe irgendwann gemerkt, nachdem ich auch einige Diskussionen dazu geführt habe, dass es überhaupt gar nichts bringt, da irgendwie Diskussionen zu führen, weil es geht da einfach nur immer um Diskutiererei, Rechthaberei, jeder stellt sich über den anderen. Und ich habe einfach gemerkt, dass auch der Punkt dann da war, wo ich gesagt habe, okay, das ist das letzte Mal, dass ich überhaupt darüber jetzt diskutiert habe. Und dann habe ich da einen Cut gemacht und ich bin mega dankbar dafür, weil ich da einfach einen Abschluss gemacht habe. Und jetzt unsere Aufgabe als Christen ist es, in diesen Zeiten einfach das Evangelium zu verkünden. Und die ganze Diskutiererei da hat überhaupt gar nichts mit Evangelium verkünden zu tun. In diesen Zeiten möchte Gott noch viele Menschen retten durch seine Liebe und Gnade. Und gerade jetzt ist es dann auch die Zeit, eben für uns Christen aufzustehen. Und wir lassen uns nur aufhalten, wenn wir die ganze Zeit da mit dieser ganzen Diskutiererei am Start sind. Es gibt gerade so viele Menschen, die sich gegenseitig zerfleischen, sogar unter Christen passiert das. Es ist gerade eine ganz schlimme Zeit. Die Liebe untereinander wird erkalten, steht auch ganz klar in der Heiligen Schrift. Und wir sind da gerade wirklich mittendrin in diesen Zeiten, so traurig es auch ist. Aber ja, da kann man jetzt auch nicht einfach sagen, okay, dann sperre ich mich jetzt ein und halte meinen Mund und sage gar nichts mehr. Ja, das ist der falsche Weg. Ja, im Endeffekt so ist unser Kampf nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte der Finsternis. Ich weiß, es gibt natürlich auch dann einige, die halten mich dann vielleicht für irre, weil ich sage, ja, es gibt Gott, es gibt aber auch Satan. Und dieser Kampf ist real, nur Satan ist besiegt für immer und ewig durch Jesus Christus. Er hat das Werk vollbracht für immer und ewig und das hat er einfach für uns getan. Und er möchte uns einfach nur retten. Und ich kann nur sagen, so, ich habe es 2015 erlebt, diese Rettung und Erlösung ist einfach wunderbar. Und ja, kehrt einfach um, liebe Menschen, die es noch nicht getan haben. Ihr Lieben, kehrt um. Ja, seine Liebe und Gnade macht einfach alles neu. Und gerade jetzt in diesen Zeiten, ich bin einfach mega dankbar, meine Frau und die Kinder. Wir sind einfach mega dankbar, dass wir Gott auf unserer Seite haben. Es sind so viele neue Dinge passiert, auch in unserem Leben. Ich bin bald hier auch aus Duisburg, dann aus dem Ruhrpott verschwunden. Es geht dann Richtung Taunus. Ein neues Kapitel fängt an, wofür ich Gott sehr dankbar bin. Und mitten in der Krise quasi hat er mir dann meine Frau geschenkt und eine neue Familie geschenkt. Und wow, da bin ich einfach nur Gott dankbar. Und das erwähne ich hier auch mal noch so an dieser Stelle. Ja, Schatz, ich liebe dich. Und auch die Kids, liebe Grüße. Ja, es ist gerade dran, auf jeden Fall aufzustehen und sich ablenken zu lassen von den ganzen Dingen, die da in der Welt gerade abgehen. Und ich habe eben gemerkt, es ist Energieverschwendung da, weil jeder will auf einmal Politiker sein. Jeder möchte irgendwie ein Virologe sein. Das ist wie bei der Fußball-Weltmeisterschaft. Jeder möchte dann der Bundestrainer sein, wenn er nicht so läuft. Und insgesamt sind einfach so viele Unstimmigkeiten da überall gerade in der ganzen Welt ein Chaos irgendwie. Und ich habe einfach gemerkt, dass diese Diskutiererei einfach nichts bringt. Und möchte dann auch einfach da auch dieses Thema, wenn es jetzt um Corona geht und Impfung geht, abschließen. Und euch einfach nur mal mitteilen, so jetzt zum Finale eine kurze Sache noch, die ich loswerden möchte. Weil das mir am Herzen liegt. Also ich liebe euch auf jeden Fall, egal ob ihr jetzt geimpft seid oder nicht geimpft seid. Ja, das möchte ich halt nochmal loswerden. Und die Sache ist auch die, die mir aufgefallen ist in den letzten Wochen. Ich habe genug Gespräche da geführt, wodurch ich das jetzt auch so ganz klar sagen kann. Die Impfpflicht, ja, die ist schon auf jeden Fall da. Das möchte ich auf jeden Fall mal so loswerden. Auch wenn jetzt viele sagen, nein, 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 das ist doch gar nicht so. Also sie ist da, allerdings nicht offiziell, sondern inoffiziell. So, dass dann die Regierung im guten Licht da steht, was dieses Thema angeht. Dann möchte ich nochmal loswerden, weil, ja, ich habe da jetzt Geschichten gehört. Also es wurde schon halt wirklich dann Menschen gesagt, ja, wenn du dich nicht impfen lässt, dann verlierst du leider deinen Job. Oder wir können dich leider nicht mehr in der Arztpraxis behandeln, weil du nicht geimpft bist und so weiter und so fort. Deswegen, ja, sage ich einfach jetzt Tschüss zu diesem Thema. Das wollte ich nochmal gesagt haben. Ich diskutiere da nicht mehr, weil, ja, einfach alles dazu gesagt ist, ja. Es wird weiter auch ein Thema bleiben in der Gesellschaft und es wird immer weitergehen, wie es so aussieht. Es wird wieder irgendwelche, natürlich, Lockerungen geben und dann, wer weiß, was dann noch so alles kommt. Wir werden sehen, wie der nächste Herbst, Winter ist. Schauen wir mal, ne. Auf jeden Fall, ja, vertraue ich weiterhin, vertrauen wir weiterhin auf Gott und lassen uns von ihm führen und leiten. Und ich bin jetzt im Endeffekt froh, dass ich mich jetzt auch dann, ja, hier nochmal klar äußere und einfach sag so, okay, das war's. Und ich möchte auch nochmal an der Stelle sagen, ich bin kein Corona-Leugner, kein Verschwörungstheoretiker und Corona gibt's auf jeden Fall. Und all die Dinge, die da so passieren in der Welt, auch Menschen, die daran sterben, das ist alles mega traurig und schlimm. Und ich bin auch kein Impfgegner, allerdings geht es gerade so in so eine Richtung oder ist es in so eine Richtung gegangen, die richtig, muss ich sagen, schon traurig ist. Ja, also, ich denke, einige wissen, was ich meine, ja, man wird quasi so dann nach seinem Impfstatus behandelt. Wenn du geimpft bist, dann bist du dabei, dann ist alles gut. Wenn du nicht geimpft bist, dann bist du eben nicht so dabei, dann ist nicht alles gut. Und ganz schlicht und einfach, es findet Diskriminierung statt. Und es wird eine Art und Weise an den Tag gelegt, die einfach sehr traurig ist, auf jeden Fall. Das möchte ich dazu nochmal sagen. Ich finde es einfach nur traurig. Ich habe jetzt ganz klar einen Weg gefunden, wie ich so mit allen Menschen umgehe, wie andere da jetzt diesen Weg gehen. Das muss jeder für sich selber irgendwie entscheiden. Ich bin dankbar, dass ich jetzt diesen Weg gefunden habe und sage einfach nur, danke, lieber Gott. Er hat mir da den Weg gezeigt und ich wünsche euch da in diesen Zeiten einfach ganz viel Liebe, ganz viel Frieden für euch und eure Familien. Und ja, lasst euch nicht spalten, liebe Leute. Das möchte ich euch so mit auf den Weg geben, jetzt in diesem Video. Ein zweites Video kommt noch direkt hinterher zu einem weiteren Thema. Ich habe jetzt auf jeden Fall gut ausgeholt. Muss einfach mal so sein. Ich danke euch fürs Zuhören und bin jetzt einfach dankbar, dass ich mit diesem ganzen Thema jetzt auch da abgeschlossen habe. Die Diskussionszeit ist vorbei. Game over. Ich wünsche euch allen ein gesegnetes Wochenende. Bye, bye. Bye. Bye.